Mein Leben ist wie eine moderne Harry Potter Geschichte, nur in weiblicher Gestalt. Ich bin Jana Haas, spirituelle Autorin und Seminarleiterin. Mit meinen 40 Jahren ist wohl nun die Zeit gekommen, meine Geschichte in Form von einer Biografie zu erzählen. Ich beschreibe in meinem neuen Buch meine Kindheit in Kasachstan sowie meine Jugend in Deutschland sowie den Weg dann als junger Mensch an den Bodensee und wie in dieser Zeit Nahtoderfahrungen mich geprägt haben, Geisterbegegnungen sowie auch ständiger Kampf zwischen hell und dunkel, zwischen weißer und schwarzer Magie der Familie bedingt schon immer in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Durch schwarzmagische Angriffe habe ich immer wieder Prüfungen erlebt, Situationen, wo diese Geistwesen versucht haben, mich als starke Seele auf ihre Seite zu ziehen. Heute mit meinen 40 Jahren musste ich begreifen, dass je mehr ich mich zuliebe hin entwickeln konnte, umso mehr mein Seelenweg mich ins Licht führen konnte, sodass ich mit meinem vielfältigen Wissen über Jenseitsreinkarnation, über das Leben, über die Natur und über die Heilung der Menschen heute eine Unterstützung sein kann. In diesem Buch möchte ich jedem Leser aufzeigen, wie die geistige Führung in unserem irdischen Leben tatsächlich funktioniert. Ich möchte aufzeigen, wie jeder auch inspiriert durch mein Buch zu seiner eigenen Heilung finden kann und seinen lichtvollen Seelenplan führen kann. Am Ende des Buches wird es deutlich, in welche Resonanz ich mich entwickelt habe und wie ich wurde, wer ich bin. Ich freue mich, dieses Buch im Frühjahr 2020 präsentieren zu können. Ich freue mich, dieses Buch im Frühjahr 2020 präsentieren zu können.